Im Sommer, da stehen die Österreicher gerne am Grill. Grillen ist beliebt und gesund, wenn man es richtig macht. Aber das ist nicht immer der Fall. Zum Glück gibt es Grillspezialisten, wie den Pinzgauer Johann Stabauer. Er hat die österreichische Grillszene mitgeprägt wie kaum ein anderer. So mancher Grillprofi verdankt sein können dem Hans Stabauer. Grillen ist fast ausschließlich Männersache, denn nach Ansicht von Wissenschaftlern fühlen sich Männer in die Rolle des Jägers zurückversetzt. Ihre U-Instinkte werden geweckt. Sie hantieren mit ihrer Beute und können diese unter freiem Himmel zubereiten. So weit, so gut. In Österreich ist diese Zubereitungsart mit einem Namen untrennbar verbunden. Johann Stabauer aus unten im Salzburger Pinzgau. Er ist Grilltrainer, Ausbilder und Mitbegründer des AMA Grillclubs, der bereits im dritten Jahr mehr als 30.000 Mitglieder zählt. Die Grillerei hat ihn bereits als Kind begeistert. Wir haben daheim Gasthausfleischerei, Landwirtschaft, Viehhandel gehabt. Und damit wir Viehhirten haben müssen, hat uns der Papa erlaubt, wir dürfen eine Feier machen. Und wir haben in den Feier Knacker grillt. Die sind uns teilweise cool rum Schwarz geworden, aber es ist einfach schön gewesen. Und da ist das bisschen pyromanisch schön, das, was zum Grillen dazukommt, einfach entstanden. Und dieses Erlebnis hat ihn geprägt. Er ist Metzger geworden und hat sich nebenbei dem Grillen gewidmet. Ich habe seit 17 Jahren in unten eine Fleischerei gehabt. Habe ich zum Unternehmensberater für Fleischern mutiert. Habe da das Avantgarde der Fleischern in Europa geleitet. Und in dem Zusammenhang habe ich Freunde kennengelernt, die auch mit Grillen, was sie an Hut gehabt haben. Und so ist es entstanden, dass wir die erste Grillmeisterschaft, eine inoffizielle in Daxen-Neuhaus in der Schweiz gemacht haben. Zufälligerweise war ein Fernsehtim da, die haben einen Hunger gehabt, haben gesehen, wir grünen auf, wissen aber nicht, wer das essen sollte. Und was wir nicht wissen, am nächsten Tag ist das bereits in Hauptsendezeit gekommen. Und die haben gesagt, dass wir nächstes Jahr Meisterschaften machen, offizielle. Und so ist es entstanden, jetzt haben wir Meisterschaften machen müssen. Ein Metzger erkennt von den Tieren die einzelnen Muskeln und deren Eigenschaften. So kann er auch die kulinarischen Qualitäten der Teilstücke richtig beurteilen. Joran Stabauer war bereits als Metzger ein innovativ denkender Mensch. Natürlich musste man am Anfang mit Innovationen auch kämpfen. Und da haben wir gemeinsam sehr viel unternommen, haben uns immer wieder getroffen und haben Neuigkeiten nachgedacht. Und es war natürlich nicht so leicht, was war ein richtiger Metzger, der wollte eine Wurst machen in seinem Kutter. Und die Batzlerei, wie gesagt hat, das interessiert ihn nicht so sehr. Aber wir haben es dann doch geschafft, dass in diesen 30 Jahren Convenience zu einem ganz wichtigen Angebotsfaktor geworden ist. Dass sich Österreich bei den internationalen Grillbewerben bestens bewährt, ist auch ein Verdienst von Johann Stabauer. Wir sind ja gerade im Mai jetzt erst zurückgekommen von Marokko. Wir waren ja mit dem Auto in Marokko und haben dort die Weltmeisterschaft gegrillt und sind da Vize-Weltmeister im Rennfleisch geworden. Und das ist wiederum ein Steckenpferd von mir, wo auch der Hans damals schon gesagt hat, Franzi, was ist mit dem Rennfleisch? Das ist getan, ein Metier. Und vermutlich würden noch heute viele seiner Freunde das Fleisch verbrennen, wenn es den Stabauer Hans nicht gäbe. Und heute weiß ich, dass Grillen ja eine feine Sache ist und gesund ist sogar. Da muss man es halt alles richtig machen und das hat man halt von Hans lernen können. Und wir sind bis heute freundlich geblieben, sage ich jetzt einmal, und werden sie auch weiter in Hoffe noch bleiben. Und wir treffen ihn jetzt auch jedes Jahr, weil mein Geburtstag ist, da haben wir uns heute gesucht. Und das ist eine richtige Freundschaft mit der ganzen Familie. Und selbstverständlich profitiert auch die Familie von seinen Grillkünsten. Aus kleinen Feiern sind immer größere Grillfeiern worden. Und aus meiner Sicht war der persönliche Höhepunkt für mich, wie mein Papa angeboten hat, dass er bei meiner Sponsion grillt. Und da haben alle meine Mitstudenten mit die Ohren geschlackert, weil solche Spezialitäten sich einfach nicht gewohnt waren. Und das war halt schon das Feinste vom Feinen. In seiner Freizeit zieht es dann den Hans hinaus. Auf seiner Halle Davison spürt er jene Freiheit wie einst die Jäger mit einem Stück Fleisch über dem offenen Feuer in der freien Natur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017